Willkommen zu dem Bilingual OpenStream Podcast. Herzlich Willkommen, mein Name ist Nico Weisser und ich bin Gründer der Beb- und E-Commerce-Agentur OpenStream in Zürich. In unserem Podcast präsentieren wir euch ausgewählte Referate von internationalen Fachkonferenzen auf Englisch und Deutsch. Unser Podcast richtet sich an alle, die sich für offene Webtechnologie und Online-Marketing interessieren. Ich wünsche mir die Energie, die diese Gemeinschaft generiert. In der incredible Magento Community. So the theme of this talk, of course, is what's going on inside Magento. The OpenStream Podcast is directed towards developers and users. Every episode includes a free transcript. We have a strong focus on e-commerce with Magento and WooCommerce, but we also build regular websites for small and medium-sized companies with WordPress, a very user- and developer-friendly content management system. If you have any questions or feedback, please write us at podcast at openstream.ch. If you enjoy listening to this podcast, please recommend it to your friends. It's available on Apple, Google, and Spotify Podcasts, as well as on our website. If you subscribe to the OpenStream newsletter, you'll also be notified about new episodes. OpenSource is, for me, the most important idea I've been exposed to in my lifetime, actually. So you have your beautiful WordPress website. You have taken care of everything that needs to be taken care of. Ab Mai 2021 wird Google bei der Bewertung von Webseiten drei Faktoren in erheblicher Weise berücksichtigen. Cumulative Layout Shift Largest Contentful Paint Und First Input Delay Entwicklerinnen und Autorinnen, die sich mit diesen Werten nicht beschäftigen, laufen Gefahr, dass ihre Seiten am Ranking verlieren. In dieser Präsentation am WordPress Meetup Berlin Ende Januar 2021 gibt WordPress Developer und Podcaster Phil Marks einen Einstieg in die Bedeutung dieser Begriffe, wie man seine eigene Seite prüfen kann und einige grundsätzliche Verbesserungsvorschläge. Die Fragen und Antworten am Ende der Präsentation sind nicht in diesem Podcast enthalten, sind aber in den Shownotes verlinkt. Ebenso die Slides. Vielen lieben Dank, dass ihr jetzt alle so zahlreich da seid. Ich hätte echt nicht mit so vielen Besuchern gerechnet und so vielen Interessenten. Freut mich total, dass ihr jetzt hier so in dieser großen Masse hier teilnehmt. Maya hat das gerade eben schon gesagt, das ist ein etwas kerniger Vortrag, gar nicht mal so von der Komplexität. Also ich glaube nicht, dass das jetzt total kompliziert wird und nur Programmierer oder nur SEO-Experten das hier verstehen werden. Das nicht. Aber bestimmte Dinge, da brauche ich einfach ein bisschen von euch die Konzentration, weil die Bewertungskriterien von Google haben jetzt in Zukunft zumindest die, die jetzt im Mai kommen werden von diesem Jahr, gar nicht mal so überkrass viel mit irgendwie einfach in Anführungsstrichen nur Begriffen oder so etwas zu tun, sondern es ist schon ein bisschen technischer und schon fast ein bisschen mathematisch. Schauen wir einfach mal gemeinsam drauf. Erstmal ein paar Worte zu mir. Ich bin Phil Marx. Ich bin gelernter Fachinformatiker, arbeite schon seit 2009 mit WordPress, habe da mein eigenes selbstgeschriebenes Blog mal irgendwie dann auf WordPress überführt und seit 2018 betreue ich da auch jetzt Kundenwebseiten und unterstütze die in allem, was sie dort so benötigen. Was haben wir heute vor? Damit einfach alle ein bisschen abgeholt sind. Ich kenne ja nicht euer Level, wie weit ihr jetzt schon in Sachen SEO drin seid oder auch in der Technik. Gibt es einmal so ganz kurz einen Rundumriss, Geschichte von Google. Keine Sorge, wir fangen nicht in der Garage von Larry Page an, aber mal so ein paar wichtige Infos, warum wir überhaupt hier jetzt so gemeinsam sitzen. Zudem gibt es noch ein paar andere wichtige Grundlagen und dann steigen wir auch gleich in das Thema dieses Vortrags rein, nämlich die sogenannten Core Web Vitals, bestehend aus Cumulative Layout Shift, Largest Contentful Paint und First Input Delay. Das war dann so ein bisschen die Theorie und dann bekommt ihr auch noch was an die Hand, wie ihr diese Core Web Vitals selber identifizieren könnt und ermitteln könnt und dann am Ende auch noch mal so ein paar generelle Tipps, wie man im Grunde dort die Werte verbessern kann zum Beispiel. Erster Wurf tatsächlich, nochmal so eine kleine Geschichte über Google und Google verfolgt ja im Grunde schon seit vielen Jahren den Fokus auf User Experience. Ich meine, wir sind mal gestartet, da hat Google einfach nur Keywords aufgenommen, ein Schlüsselwort und hat die indiziert und hat dann auf Basis dessen irgendwie versucht, ein möglichst gutes Suchergebnis zu liefern. Aber bereits so 2011 begann Google damit, die User Experience mehr in den Vordergrund zu stellen, also dem Benutzer immer bessere Suchergebnisse zu liefern für seinen Suchbegriff. Also nicht nur einfach mechanisch irgendwie Seiten indizieren und dann irgendwie nach Keyword-Dichte oder so etwas dann Inhalte ausspielen, sondern tatsächlich verstehen, was möchte der Besucher oder der Suchende gerade und da den qualitativsten Content mit der höchsten Zufriedenheit des Ergebnisses. Das ist ja das, was Google immer wieder verfolgt. Und das startete 2011, dass da Content-Farmen rausgesortiert wurden. 2013 ging es dann tatsächlich schon mit dem Verständnis von einzelnen Worten los in einem Hummingbird-Update, sodass Google schon ein bisschen in Kontext setzen konnte, okay, was hat der Suchner eigentlich in die Suchzahle eingegeben und was sucht der vermutlich? Und 2015, da ging es auch schon los, dass Google die Mobilfreundlichkeit in den Vordergrund gestellt hat. Bei der Recherche war ich selber ein bisschen überrascht. Tatsächlich ist das jetzt schon sechs Jahre her, dass Google gesagt hat, okay, ich stelle oder wir stellen jetzt die Darstellung und auch den Umgang auf Mobilgeräten in den Vordergrund anstatt die Desktop-Webseite. Und 2015 kam noch so ein bisschen was hinsichtlich KI hinzu, sodass die Suchbegriffe noch besser verstanden werden konnten. Und in den letzten Jahren hat das dann richtig an Dynamik gewonnen. Gerade 2018 war es dann so, dass Google mit dem Mobile-First-Indexing-Update gesagt hat, okay, mobile Webseiten werden jetzt auch primär zum Indizieren herangezogen. Das heißt, Google hat einen deutlich größeren Fokus auf Mobilgeräte und betrachtet natürlich die Desktop-Geräte auch immer wieder. Aber wir kommen nachher noch zum Passleitz. Da sieht man das ganz gut an Zahlen. Mobilgeräte sind einfach das, womit heutzutage gesucht wird. Und deswegen legt Google natürlich auch einen großen Wert darauf, dass die Suchergebnisse beziehungsweise die Seiten hinter den Suchergebnissen auf Mobilgeräten möglichst optimal funktionieren. Und darauf zahlt auch das sogenannte Core Web Vitals Update ein, was jetzt im Mai 2021 veröffentlicht werden soll. Wir hatten es jetzt gerade eben schon in dem Ausblick mal so ganz grob gesehen. Was sind diese Core Web Vitals? Die sperrigen Begriffe, Largest Contentful Paint, First Input Daily und Cumulative Layout Shift, hat Google eigentlich ganz schön zusammengefasst, eben in den Schwerpunktthemen sozusagen Loading, Interactivity und Visual Stability. Also der Benutzer soll noch mehr ein positives Benutzererlebnis haben, wenn er ein Suchergebnis besucht in dem Bereich Ladezeit, Interaktivität oder auch Interaktion mit der Webseite und visuelle Stabilität. Hinzu kommen noch ein paar weitere Aspekte, die sind hier in der Grafik auch nochmal aufgezeigt, aber tatsächlich die Core Web Vitals sind das, worauf jetzt in Zukunft besonders geachtet wird. Warum das eigentlich alles? Warum sind Mobilwebseiten auf einmal der total angesagt? Ich habe hier eine kleine Grafik von Statista mir mal rausgekramt. Bereits Mitte 2015 waren schon ein Drittel des Webverkehrs von mobilen Geräten. Und jetzt bis ins dritte Quartal 2020 hinein sind wir bei 50 Prozent. Spontan würde ich sagen, ist das noch ein sehr moderater Wert, aber selbst wenn man das nimmt, die Hälfte der dort erfassten Webseitenbesuche sind schon über Mobilgeräte passiert. Und Google selbst bringt da auch Statistiken raus. Allein jetzt 80 Prozent benutzen ein Smartphone und knapp 60 Prozent davon nutzen gar zwei Geräte. Das Spannende an der ganzen Sache ist, diese Grafik ist, glaube ich, von 2015 oder so etwas. Das heißt, die ist auch schon extrem alt und die Zahlen, die werden sich ganz bestimmt in der Folgezeit noch erhöht haben. Bevor wir das Thema mit den Core Web Vitals gut verstehen können, müssen wir noch zwei, drei Dinge klären, damit einfach auch die Auswirkungen und die Zusammenhänge von den Werten einfach ein bisschen verständlicher sind. Und da möchte ich mit euch ganz kurz einmal in ein HTML-Quellcode hineingehen. Das ist jetzt der etwas zusammengeraffte Quellcode von der Google-Webseite. Und die Web-Entwickler und bestimmt auch die, die das schon mal ab und zu gemacht haben, wissen, dass so ein HTML-Konstrukt in streng genommen drei Bereiche unterteilt werden kann. Es gibt einerseits den Header. Da stehen ein paar Metadaten drin, der Titel der Webseite, aber auch Informationen zum Design und zur Interaktion der Seite. Dann gibt es den Body. Da ist in der Regel der Inhalt drin. Alles, was wir sehen an Text und Bildern und so etwas, ist größtenteils im Body angesiedelt. Und dann gibt es den Footer. Und ich hatte gerade eben schon gesagt, im Header sind so Referenzen drin. Wir haben jetzt hier mal hervorgehoben, zum Beispiel eine JavaScript-Datei. Da wird also von einer externen Adresse eine JavaScript-Datei eingebunden. JavaScript ist ja eine Skript-Sprache, womit man Interaktionen oder auch Dynamik auf eine Webseite bringen kann. Das bedeutet, ja, dass Dinge sich automatisch verschieben oder auf dem Mausklick irgendwas aufklappt oder was auch ich immer. Slider auch so ein typischer, klassischer JavaScript-Bereich. Und hier im Header sind auch noch ein paar Style-Angaben, also CSS-Angaben. CSS-Dateien sind ja dafür da, in der Regel das Design einer Webseite sehr vereinfacht zumindest auszudrücken. Farben, Strukturen, Ausrichtungen von Überschriften, Texten, Bildern, aber auch Containern, wo man dann wiederum Inhalte reinpacken kann. Die Definition der Größe dieser Container, die Anordnung dieser Container, all das tut man ja mit CSS-Dateien. Und wir sehen im Footer entsprechend auch noch ein paar JavaScript-Dateien. Warum tut man so etwas? Warum packt man JavaScript-Dateien und CSS-Dateien in den Kopf, aber kann sie offensichtlich auch in den Footer packen? Es ist so, dass wenn ein Webbrowser diesen HTML-Quellcode interpretieren möchte, um dann am Ende eine Webseite anzuzeigen, tut er das in der Regel von oben nach unten. Das heißt, er liest diesen gesamten Quelltext ein und fängt dann an, die auch eingebundenen Skript-Dateien und auch die CSS-Dateien abzuarbeiten und zu interpretieren und dann den Code, der da drinne festgehalten ist, auszuführen oder in irgendeiner Form dann mit der Webseite zu interagieren. Und die Skripte, die im Header eingebunden sind, die werden natürlich sehr schnell und sehr früh gelesen und ausgeführt und interpretiert. Und alles, was im Footer unten ist, wird erst sehr verspätet ausgeführt, während da schon der gesamte Body und damit der gesamte Inhalt eigentlich angezeigt ist und auch die wichtigsten CSS-Dateien bereits aus dem Header gelesen und auch interpretiert wurden. Das heißt, es besteht durchaus eine Abfolge. Die Daten im Header werden zuerst und mit einer gewissen Priorität abgehandelt, währenddessen im Footer die Dateien, die dort eingebunden sind, verspätet ausgeführt werden, nämlich wenn schon andere Aktionen vorher gelaufen sind. Das ist alles technisch jetzt sehr vereinfacht, ausgedrückt, aber es ist ganz wichtig, einfach zu verstehen, es gibt zwei verschiedene Ausführungsbereiche, denn das wird nachher nochmal bei der Wertung, bei der Bewertung der Core Web Vitals ganz wichtig. Dann möchte ich ganz kurz einen Begriff mitgeben oder eine Definition. Wir werden jetzt hier in diesem Vortrag zwei, drei Mal über den sogenannten Viewport sprechen. Und ein Viewport ist einfach der sichtbare Bereich in einem Mobilgerät. Das heißt eigentlich das, was, wenn ihr eine Webseite aufruft, zack, das, was ihr als erstes da seht, was den gesamten Screen einmal in Anspruch nimmt, das ist der Viewport. Einfach im Hinterkopf behalten, wird gleich auch nochmal interessant werden. Und wir sollten auch im Hinterkopf behalten, wie bewertet Google eigentlich mobile Webseiten? Wie kriegt der Google-Bot eigentlich heraus, wie eine Webseite performt auf einem mobilen Gerät? Da schweigt sich natürlich Google ganz geschickt aus, mit was für einer Engine sie da herangehen, mit was für einer Logik sie da herangehen. Es häufen sich die Vermutungen, dass es aktuell die Engine eines Motorola Moto G4s ist mit langsamer Netzanbindung. Bis vor kurzem war es noch ein Nexus 5. Das war ja ein Gerät von Google. Und jetzt kamen vor kurzem auch in Entwicklertools von Google eben die Engine des Moto G4 mit hinein. Und deswegen gibt es sehr gute Vermutungen, dass das G4 da mit drin ist. Selbst wenn es das nicht ist, ist es gar nicht mal so schlecht, das als Orientierung zu nehmen. Denn es ist ein durchaus, es ist ein Mobiltelefon mit einem beachtlichen Alter schon auf dem Rücken. Es ist jetzt knapp fünf Jahre alt und hat halt auch eine recht geringe Displaygröße. Das heißt, wenn wir im Hinterkopf behalten, wenn wir unsere Seiten auf eine gute Ansicht und auf gute Core Web Vitals für ein Moto G4 optimieren, dann haben wir die Seite wahrscheinlich schon generell ganz gut optimiert. Weil je besser das Display, je schneller die CPU, umso besser natürlich auch die Anzeige. Aber wenn wir schon auf geringerer Hardware oder schlechter Hardware was gut emulieren können und die Seite gut aussieht, dann wird das bei besserer Hardware natürlich nur besser funktionieren. So viel zur Theorie. Starten wir durch. Kommen wir zum ersten Core Web Vitals. Und das ist der Cumulative Layout Shift. Ich habe es mal versucht, es zu übersetzen. Es kamen sehr krude Übersetzungen bei herum. Zusammengerechnete Layout Verschiebung. Das ist etwas krudes Deutsch, aber trifft es eigentlich ganz gut. Der Cumulative Layout Shift beschreibt nämlich die Verschiebung von Inhalten nach dem initialen Design. Das heißt, wenn die Webseite einmal geladen wurde und dann auf einmal sich Inhalte dann doch nochmal verschieben. Weil, ja, warum eigentlich? Zum Beispiel, weil Inhalte dynamisch nachgeladen werden durch JavaScript oder ähnliches. Weil vielleicht irgendwie Widgets sich nochmal resisen, weil sie irgendwie in der falschen Größe definiert wurden und dann irgendwie festgestellt wird, ach Gott, ich werde ja auf einem Mobildisplay angezeigt und dann restrukturiert sich die gesamte Seite noch einmal neu. Oder, was natürlich auch sein kann, dass größere Bilder wie Header-Bilder noch nachgeladen werden. Die haben da etwas größere Dateigröße. Sie haben vielleicht in ihrer Deklaration, in der HTML-Definition keine Größenangaben mitbekommen und auf einmal legt dieses Header-Bild nach und drückt den Inhalt auf einmal nach unten. Das sind solche typischen Cumulative Layout Shifts. Ich habe da auch mal so eine kleine Demo mitgebracht. Ich bin ganz gespannt. Videos sind ja immer so eine Sache im PowerPoint, aber ich glaube, es funktioniert hervorragend. Wir haben hier ein Beispiel. Hier ist irgendwie eine Order-Confirmation. Und da habt ihr jetzt gerade schon gesehen, wir können gleich noch einmal zurück loopen und das nochmal machen. Es ist also eine Bestellbestätigung gewesen. Und auf einmal ist ein Inhalt aufgetaucht. Der Benutzer klickt eigentlich auf No-Go-Back. Er will das gar nicht bestellen, aber weil auf einmal hier oben was nachgerückt ist, hat sich alles nach unten verschoben und er klickt versehentlich auf Submit Order und generiert so eine versehentliche Bestellung. Das ist natürlich jetzt das Extrembeispiel an der Stelle, aber es zeigt halt sehr gut auf, was dieser Cumulative Layout Shift ist, nämlich warum auch immer sich Inhalte verschieben und dadurch natürlich gewissermaßen auch die User Experience sich verändern kann. Ich hatte gerade eben schon gesagt, in der kurzen Definition, es ist irgendwie eine Summe von Layout Shift und von einer, von gewissen Metriken. Und Cumulative suggeriert es ja auch, es ist eine kumulative, also etwas zusammengefasstes. Und so gibt es hier tatsächlich ein bisschen Mathematik. Keine Sorge, es geht nicht zu tief. Und letztlich, ich habe diese Metriken ja nicht erfunden, sondern Google hat die erfunden, müssen wir jetzt also alle gemeinsam durch. Wird aber nicht so schlimm. Die Berechnungsgrundlage für so ein Cumulative Layout Shift oder überhaupt für ein Layout Shift ist, um wie viel Prozent nimmt denn dieses bewegte Element im Viewport ein? Also, wir werden gleich das auch nochmal sehen und dann wird das, glaube ich, ein kleines Stück praktischer. Das ist dann die sogenannte Impact Fraction. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, um wie viel Prozent verschiebt sich denn dieses Element, Wenn das irgendwie ein kleiner Satz ist, dann ist womöglich die Impact Fraction relativ klein, weil es nur sehr schmal auf dem Screen ist, ist ein Unterschied zu dem, wenn es ein großer Absatz ist. Und natürlich ist es auch ein Unterschied, ob dieser Inhalt irgendwie nur um ein paar Pixel verrutscht oder womöglich um die Hälfte des Viewports. Diese Werte werden dann pro Element, was sich irgendwie verschiebt oder was springt oder was auch immer, multipliziert und dann einfach für jedes einzelne Element aufaddiert. Auch hier habe ich ein kleines Beispiel mitgebracht, beziehungsweise Google hat auch ein schönes vorbereitet. Wir sehen hier zwei Viewports, Demo-Viewports, und wir sehen auf der linken Seite einen Text, einen Demo-Text, der 50 Prozent des Viewports einnimmt. Und der wird nach unten verschoben. Und nach dem Verschieben von Ursprungslage bis eben zur Endlage sozusagen haben wir irgendwas mit, also sind 75 Prozent des Screens auf einmal verändert sozusagen. Irgendwas hat sich da eben in der Ansicht verändert. Das ergibt also eine Impact Fraction von 0,75. Und dieser Inhalt, der wurde ja, das kann man hier auch sehr gut erkennen, um 25 Prozent verschoben. Und das gibt dann eine Distance Fraction von 0,25. Und ich hatte ja gesagt, das wird multipliziert und dadurch erkriegt man dann ein Layout-Shift für dieses einzelne Element. Das heißt, wenn wir hier ein bisschen Mathematik machen, kommen wir auf 0,18. Das ist jetzt der Layout-Shift sozusagen für dieses Element. Merkt euch die 0,18, das wird jetzt gleich in der nächsten Folie nochmal ganz interessant. Wir haben hier also einen Inhalt, 50 Prozent, wird ein bisschen nach unten verschoben und das ergibt ein Layout-Shift berechnet von 0,18. Fast 0,19. Spannend. Layout-Shifts werden aufgrund von User-Interaktionen nicht berücksichtigt. Das heißt, wenn jemand auf einen Button klickt und dann verschiebt sich was oder so, dann ist das ja was Legitimes. Dann ist das ja etwas, was auch gewollt ist. Die zählen dann nicht in die Aufsummierung hinein. Kleiner Unterschied an der Stelle oder kleiner Haken dran. Natürlich kann man da auch nicht unendlich Verzögerung drauf legen. Google nimmt da als Basiswert 500 Millisekunden. Das heißt, man klickt einen Button und wenn innerhalb von 500 Millisekunden irgendwas passiert, das Layout sich verändert oder Elemente neu angeordnet werden, dann zählt das nicht in den Layout-Shift mit hinein. Wie bewertet Google denn jetzt eigentlich das dann? Google kommt hin, bewertet dann alle Elemente, berechnet dort, wie gesagt, mit diesen Fractions dann Anteile und summiert die am Ende auf. Und Google sagt, ein Cumulative Layout-Shift, also der aufsummierte Layout-Shift von allen sich bewegenden Elementen, nachdem er es irgendwie mal geladen hat, kleiner gleich 0,1 ist good experience. Und alles kleiner als 0,25 needs improvement und über 0,25 ist eine pure experience. Das bedeutet, alleine jetzt gerade dieses Beispiel, was ich gerade gezeigt hatte mit 0,19, ist nicht gut. Das rankt Google schon runter. Wie kann ich so ein Cumulative Layout-Shift vermeiden? Da gibt es diverse Varianten. Auslöser sind immer in der Regel dafür in irgendeiner Form CSS-Dateien oder JavaScript-Dateien, die eingreifen in das Layout und in irgendeiner Form Elemente neu anordnen oder so etwas. Von daher ladet sie möglichst früh im Header und auch da möglichst früh oder bindet womöglich den Quelltext direkt ein, damit das möglichst schnell verarbeitet werden kann. Wenn ihr Bilder einsetzt oder auch generell Content-Boxen habt, also Diff-Container oder ähnliches in eurem HTML-Quellcode, dann definiert dafür fixe Größenangaben, damit da auf jeden Fall der Platz schon reserviert ist und das nicht dynamisch erst angepasst werden muss. Generell vermeidet dynamische Layout-Anpassungen mit JavaScript. Also das ist sowieso nichts Schönes. Ja, stattdessen bietet da CSS echt viele Möglichkeiten, auch schon Einfluss auf das Layout zu nehmen und dynamisch auch auf verschiedene Bildschirmauflösungen zu reagieren. Und so ganz ohne JavaScript und irgendwelche, ja, Bibliotheken für ein tolles Design und für eine tolle Anordnung von Elementen zu sorgen. Ja, Punkt. Und sofern ihr Animationen nutzt, auch da schaut mal, ob ihr anstatt JavaScript CSS nutzt. CSS hat sich in den letzten Jahren sehr weiterentwickelt und ihr könnt mit CSS unfassbar viel machen und auch so Elemente anordnen, skalieren, bewegen und Ähnliches und seid auch da nicht auf JavaScript angewiesen. Und auch das bringt tatsächlich Vorteile in der Bewertung vom Cumulative Layout-Shift, weil Google solche Animationen tatsächlich weniger stark bewertet, wenn es zu Verschiebungen kommt. Ihr seht unten rechts auch immer wieder Links dazu. Da könnt ihr dann draufklicken beziehungsweise abtippen. Die Slides werden auch veröffentlicht. Da gibt es natürlich jeweils in den einzelnen Kapiteln noch deutlich mehr Informationen. Kommen wir zu dem zweiten Core Web Vital. Das ist der Largest Contentful Paint. Auch hier habe ich es mit einer schlechten Übersetzung probiert. Größtes Inhaltsgebnis darstellen. Ja, trifft es am Ende auch auf den Punkt, es bezeichnet nämlich die Zeit, bis das größte Element der Seite im initialen Viewport geladen ist. Auch hier gibt es ein sehr schönes Beispiel von der CNN-Webseite. Da sieht man den Ladeprozess von links nach rechts. Und grün hervorgehoben sieht man immer das, was als das größte Element sozusagen auf der Webseite identifiziert wurde. Das ist im ersten Wurf erstmal nur der, ich glaube, es ist eine Breadcrumb-Navigation. Und dann sieht man in der Mitte ist die Überschrift, das größte Element der Webseite. Und dann quasi ganz zum Schluss wird ein Teaser-Bild geladen und ist das größte Element auf der Webseite. Und Google möchte natürlich für den User, für denjenigen, der irgendwo sich auf einer Webseite dann bewegt, dass das zentrale Element, das, was ja auch ganz offensichtlich das zentrale Element ist, weil es ja das größte Element ist, möglichst früh auch zur Verfügung steht. Und deswegen wird ein solcher, ein solches Ladeverhalten wird dann eher schlecht bewertet, weil eben das zentrale Element sehr spät dargestellt und geladen wird. Natürlich hat Google auch positive Beispiele, zum Beispiel sich selber. Und auch hier sieht man den Suchbegriff dann als erstes. Und dann bei den Ergebnisseiten ist es so, dass dann die Beschreibung des Suchergebnisses sehr schnell und sehr früh geladen wird. An der richtigen Stelle, im richtigen Moment. Und es werden zwar dann noch einzelne Bilder, Bildinhalte nachgeladen und ähnliches, aber das zentrale Element, das größte Element der jeweiligen Seite, ist sehr früh da. Und dementsprechend, ich glaube, in diesem direkten Vergleich bekommt man sehr gut mit, was denn da als largest contentful paint gemeint ist und auch, welchen Zweck Google damit verfolgt. Und warum es wichtig ist, dass hier dieser Inhalt möglichst früh erscheint. Wie bewertet Google das? Nach dem Zeiträumen. Und wenn das größte Element in weniger als zweieinhalb Sekunden geladen ist, bewertet Google das als gut. In weniger als vier Sekunden needs improvement und mehr als vier Sekunden poor. Jetzt könntet ihr euch zurücklehnen und sagen, ach, vier Sekunden, das ist ja gar nichts. Ich meine, Webseiten sollen ja möglichst in anderthalb Sekunden oder zwei Sekunden laden. Und mit VDSL 50 ist es ja alles ganz easy. Ja, aber bedenkt, wir sind hier im mobilen Bereich unterwegs mit schlechter Netzwerkabdeckung. Die Emulation funktioniert voraussichtlich mit 3G, nicht mit LTE oder ähnlichem. Das heißt, zwei Sekunden für eine größere Header-Grafik sind da schon kernig. Ja, das muss man schaffen. Also unterschätzt diese Werte nicht. Wie kann man den Largest Content for Paint verbessern? Ordnet eure Elemente, wenn ihr die Webseiten baut, möglichst fix im Viewport an, anstatt dass ihr die wieder dynamisch ausrichten lasst oder nachjustieren lasst durch Java-Skripte oder Ähnliches. Layout-Designs von CSS wie Flexbox und CSS Grid helfen da auf jeden Fall. Da kann man sehr schön für verschiedene Auflösungen und verschiedene Anordnungen von Objekten auch gut steuern. Und wir hatten es gerade mit dem schlechten Lattes Content for Paint. Sorgt dafür natürlich, dass eure Header-Bilder und eure Teaser-Bilder und überhaupt alle Bilder, die den größten Teil des Viewports einnehmen, dass die möglichst schnell geladen werden. Sorgt für geringe Dateigrößen. Bei Bildern könnt ihr auch das Source-Set benutzen im HTML-Quellcode. WordPress-Sets, das zu großen Teilen, wenn ihr Bilder aus der Mediathek einfügt, automatisch. Das Source-Set ist dann dafür da, dass verschiedene Bildergrößen zur Verfügung stehen und dann in Abhängigkeit der Displaygröße geladen werden, sodass dann zum Beispiel auf ein Display, was gerade mal, keine Ahnung, 600 oder 300 Pixel breit ist, nicht das Bild mit 1200 Pixel Breite geladen wird, sondern eher ein kleineres, was dann natürlich auch eine kleinere Dateigröße mit sich bringt. Auch eine Sache nutzt irgendwie Caching. Wenn natürlich irgendwie Inhalte nicht schnell genug abgerufen werden können, weil, keine Ahnung, Datenbank zu langsam oder der Zusammenbau der Webseite einfach mit den ganzen PRP-Dateien und so etwas zu lange dauert, dann hat das natürlich auch Auswirkungen, wann welcher Inhalt angezeigt wird. Bei ganz großen Seiten, Content-Delivery-Network ist da auch sehr hilfreich, aber das bringt dann auch wieder eigene Herausforderungen mit sich. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass ihr kritische Elemente vorladet. Da bietet ja dann der Browser und der HTML-Quellcode auch Möglichkeiten, Ressourcen vorzuladen und so im Grunde im Hintergrund schon Bilder herunterladen zu lassen, weil man zu fast 100 Prozent weiß, der Besucher wird jetzt diese Webseite als nächstes aufrufen. Wenn ihr also in irgendeiner Form eine Customer Journey oder sowas aufzieht und ihr genau eure Besucher so steuern wollt, dass der jetzt relativ sicher auf die nächste Seite navigieren wird, dann könnt ihr ja bereits schon das große Bild herunterladen. Dann ist es schon im Cache, dann kann es natürlich dann auch sofort angezeigt werden, als dass es dann erst heruntergeladen werden muss oder heruntergeladen wird, wenn es gebraucht wird. Auch der Link-Preload bringt auch Herausforderungen mit sich. Seid vorsichtig im Umgang damit und seid auch vorsichtig mit dem Datenvolumen eurer Besucher. Und was natürlich auch eine Sache ist, ladet nicht-kritische CSS-Dateien und JavaScript-Dateien im Footer. Ist irgendwie auch ganz klar. Der Webseiteninhalt zumindest im initialen Viewport, also der erste Bereich, der auf der Webseite zu sehen ist, das muss offensichtlich ganz schnell geladen werden. Das muss schnell angezeigt werden. So, wenn ihr da in irgendeiner Form noch JavaScript-Dateien habt, die womöglich am Ende irgendeine Interaktion mit einer Webseite oder einem Element auf der Webseite machen oder so etwas, dann braucht das ja am Anfang nicht zwingend geladen werden. Dann schmeißt das in den Footer hinein, denn es geht beim Lades Contentful Paint darum, wie ihr es gerade schon gesehen habt, dass die Webseite und die zentralen Inhalte möglichst schnell zur Verfügung stehen. Und je weniger der Browser selber vorher noch lesen muss, interpretieren muss, anordnen muss, desto besser. Kommen wir zum dritten Core Web VITAL und das ist der First Input Delay oder auch Mano, mein Browser hakt. Der First Input Delay lässt sich noch am besten übersetzen. Das ist nämlich die Verzögerung bis zur ersten Eingabe. Und zwar beschreibt der First Input Delay die Verzögerung eines Browsers zwischen Interaktion und Reaktion. Vielleicht kennt ihr das selber. Ihr klickt einen Link auf eurem Tablet oder auf eurem Mobiltelefon und es passiert erst mal kurz nichts. Und irgendwie so nach einer Sekunde oder sowas lädt dann die Seite. Das ist der First Input Delay. Warum hakt das überhaupt? Nun, auch hier technisch sehr vereinfacht ausgedrückt, muss man sagen. Der Browser, wir hatten das gerade bei dem Quellcode, er muss ja JavaScript-Dateien und CSS-Dateien verarbeiten. Und es gibt einen sogenannten Main Thread in so Browsern. Das heißt, es gibt einen eigenen Prozess auf eurem Handy oder auf dem Tablet, der eben dafür da ist, eben diesen gesamten Quellcode zu interpretieren, JavaScript-Dateien einzulesen, das, was da drin steht, auszuführen, weiß ich nicht alles. Der Main Thread kann aber nur eine Sache gleichzeitig machen. Das heißt, wenn der gerade damit beschäftigt ist, JavaScript-Dateien, umfangreiche JavaScript-Dateien auszuwerten, umfangreiche CSS-Dateien zu lesen und irgendwie das Design zurechtzubasteln, dann kann der in dem Moment den Klick auf den Link nicht verarbeiten. Der kriegt den zwar mit, dass da jemand geklickt hat, aber der kann ihn gerade nicht verarbeiten, weil er gerade dabei ist, die 500-Kilobyte-Datei JavaScript zu rendern. Bedenkt erneut, wir sind auf einem Mobiltelefon von vor fünf Jahren unterwegs. Das hat nicht High-Performance. Ja. Das ist der Auslöser für den First-Input-Delay. Ich habe das nochmal in Grafisch mitgebracht. Da brauchen wir jetzt im Detail jetzt auch nicht überall rein. Ich sehe gerade, dass da die Quellenangabe fehlt. Auch das ist übrigens von der Webseite, die hier unten rechts verlinkt ist, web.dev.fid, also kurz für First-Input-Delay. Hier sieht man in Grau die Network-Requests, also die Anfragen. Der lädt gerade den Quellcode der Webseite, dann findet er da eine externe JavaScript-Datei, lädt die, dann findet er vielleicht noch eine CSS-Datei, die muss er laden und interpretieren. Und das sind diese grauen Balken. Der lädt da Daten runter und so. Und in gelb unten sieht man den sogenannten Main-Thread. Da ist er dann nämlich dabei, diese Daten zu lesen und zu interpretieren. Und wir sehen zum Beispiel in den letzten grauen Balken, das scheint eine sehr große Datei zu sein, die er herunterlädt erstmal. Und dann fängt er natürlich auch an, die relativ schnell zu interpretieren. Und dann sehen wir hier jetzt den, seht ihr da einen, ich hoffe es, ihr seht den Mauszeiger. Browser receives the first User-Input. Das heißt, mitten in der Verarbeitung des Main-Threads klickt der User auf einen Link. Der Browser ist aber gerade damit beschäftigt, diese Datei zu laden, kann keine Aktion lostreten und kann das erst machen, wenn dieser Main-Thread erstmal die Abarbeitung der JavaScript-Datei zum Beispiel fertig hat. Und das ist in grafischer Form noch einmal, warum manchmal der Browser hakt. Auch das ist keine schöne User-Experience. Und genau deswegen möchte Google natürlich diese Verzögerung möglichst gering halten. Wie bewertet Google das? Die Zeit zwischen Klick und Reaktion, kleiner oder gleich 100 Millisekunden, bewertet Google als good. Bis 300 Millisekunden als meets improvement. und alles, was da drüber ist, als poor. Also schon auch sportlich, wenn man bedenkt, dass das ja auch alles auf einer schwachen Systemplattform ausgeführt werden soll, nämlich einem fünf Jahre alten Handy. Wie kann man diesen verändern, diesen Wert oder darauf Einfluss haben? Haltet eure Seitenstruktur einfach. Je einfacher natürlich so eine Webseite strukturiert ist, je schlanker so ein Quellcode ist, desto schneller lässt sich der natürlich durch den Browser interpretieren. Vermeidet komplexe JavaScript- und CSS-Dateien. Weil je komplexer so eine JavaScript-Datei, je komplexer eine CSS-Datei ist, desto mehr und länger braucht der Browser auf seinem Main-Thread diese zu lesen, zu interpretieren und auszuführen. desto weniger und weniger schnell kann er auf Interaktionen agieren. Wenn ihr übergroße Dateien habt und die Möglichkeit habt, dann teilt große Dateien, zum Beispiel irgendwelche exorbitant großen JavaScript-Dateien oder CSS-Dateien oder sowas auf kleinere Dateien auf. Auch da werden die in einzelnen Schritten runtergeladen und dann atmet der Browser jedes Mal immer kurz durch und hat dann natürlich die Möglichkeit, den Link-Klick zum Beispiel zu verarbeiten oder den Klick auf dem Formularfeld oder was auch immer, als dass er da noch weiter geblockt wird, um eine große Datei zu verarbeiten. Generell vermeidet externe Inhalte wie Like-Buttons oder so etwas. Auch die haben ja, das kennt ihr, glaube ich, aus anderen Bereichen auch, Einfluss auf die Ladezeit und auch da ist es dann natürlich so, dass die häufig auch große Skripte nochmal huckepackt mitbringen. Ihr fügt vielleicht nur eine kleine Codezeile ein, aber dann werden nochmal irgendwie zig Kilobyte an Daten nachgeladen. Auch das hat dann natürlich Einfluss auf den Main-Thread, der das alles am Ende dann doch nochmal verarbeiten muss und so langsam müsst es euch ja schon wieder zum Hals rauskommen. Ladet unkritische Inhalte erst im Footer. Denn es geht darum, die Webseite erstmal interaktionsfähig zu machen und wenn dann im Nachhinein noch fast irgendwas nachgeladen werden muss oder so etwas, dann ist das nicht schlimm. Aber macht die Seite schnell interaktionsfähig. Jetzt haben wir diese drei Bereiche kennengelernt. Darauf wird sich Google ab Mai 2021 konzentrieren und das auch mit in die Bewertung der Suchergebnisse mit aufnehmen. Jetzt stellt sich die Frage, wie könnt ihr denn eure eigenen Core Web Vitals ermitteln? Und da gibt es zwei zentrale Anlaufstellen. Einerseits Lighthouse. Vielleicht kennt das der ein oder andere von euch. Das ist in den Entwicklertools drinne von Chromium-basierten Browsern. Also zum Beispiel Google Chrome oder Microsoft Edge oder Opera. Die setzen ja alle auf Chromium und dort sind die Entwicklertools mit drinne. Ich habe da auch nochmal die Shotcuts mit aufgeführt. Dann könnt ihr diese dort öffnen. Ich habe jetzt relativ klein, ist nicht schlimm, einen Screenshot gemacht, wo man die Entwicklertools findet. Wenn man das per Menü ausklicken muss, es ist unter weitere Tools. Die haben die Entwicklertools schon ganz gut versteckt. Ja. Aber klickt da gerne mal in eurem Browser eben auf das Zahnrad beziehungsweise die drei Punkte und klickt euch durch zu den Entwicklertools. Da könnt ihr dann nämlich eine Auswertung generieren. Ihr könnt da Quelltexte einsehen und Netzwerkleistung einsehen. Sowieso eine sehr, eine unfassbar gute Anlaufstelle, um einfach mehr die eigene Webseite zu verstehen. Aber ganz am Ende gibt es da auch das Lighthouse und dort könnt ihr dann ganz kostenlos aus den Entwicklertools heraus einen Bericht erstellen. Dann lädt das los und analysiert die Seite. Ihr werdet dann auch feststellen, dass der Browser dann tatsächlich die Webseite, die ihr da prüfen möchtet, dann auf Handyformat resized und auch die Netzwerkgeschwindigkeit testweise simuliert runtersetzt, um dann tatsächlich diese Engine einmal laden zu können, um das wirklich gut mit einer alten Mobil-Hardware simulieren zu können. Und am Ende gibt es dann auch eine Auswertung neben vielen anderen Auswertungen, die einem auch gute Tipps geben, worauf man so achten kann, um die eigene Webseite noch besser zu machen in Sachen auch Accessibility, Suchmaschinenoptimierung, Progressive Web-Apps und weiß ich nicht alles, ist dort eben auch der First Contentful Paint und der Lattest Contentful Paint mit drinne. Und der First Input Delay wird dort bezeichnet als Time to Interactive. Hier sieht man also jetzt nicht gerade besonders gut. Ihr könnt aber auch selber einfach mal spaßeshalber das im Browser simulieren, also einfach mal selber ein bisschen Gefühl bekommen, wie performt meine Seite eigentlich auf diesem simulierten Mobilgerät. Und dafür geht ihr erneut in die Entwicklertools, aber statt dass ihr dort auf Lighthouse klickt, ganz rechts, sucht mal so einen kleinen unscheinbaren Button, hier ist er jetzt gelb umrandet, damit könnt ihr eine Mobilansicht einschalten. Und dann simuliert euer Browser eine Mobilansicht. Und ihr habt dann auch die Möglichkeit, oben in der Ansicht eine Engine auszuwählen. Hier ist jetzt Moto G4 ausgewählt. Und ihr habt dann neben dem Zoom-Faktor, der jetzt hier auf 100 Prozent steht, auch die Möglichkeit, die Performance eines Gerätes auszuwählen. Hier steht jetzt zum Beispiel einfaches Mobilgerät. Das heißt, in dieser Simulation wird gar die Rechenstärke des Handys ein bisschen runter geregelt, um einfach zu simulieren, wie könnte das dann tatsächlich am Ende auf dem Moto G4 mit schwacher CPU, mit schwacher Auswertung aussehen. Die Alternative, wenn ihr keinen Browser habt oder das nicht nutzen möchtet, gibt es auch von Google selber die sogenannten Page Speed Insights. Adresse steht hier. Und da könnt ihr dann auch eine Web-Adresse eingeben. Und da arbeitet sich das auch durch und liefert dann auch hier die entsprechenden Daten. Hier sehen sie deutlich schlechter aus. Und da muss man dann tatsächlich ran. Und sowohl Lighthouse als auch die Page Insights liefern da auch Impulse, wie man dann das alles verbessern kann, was so die Auslöser sind, dass es jetzt zu so schlechten Werten kommt. Ich habe jetzt viel über Optimierungen und so etwas gesprochen und wie kann man die einzelnen Bereiche verbessern und so etwas. Erstens möchte ich jetzt so, wir sind fast am Ende, möchte ich kurz so mitgeben, verrennt euch bitte nicht. Also klammert euch bitte jetzt nicht krampfhaft irgendwie daran, die Werte alle auf grün zu bekommen. Wenn ihr das hinbekommt, umso besser. Es gibt aber gerade in der WordPress-Welt viele Herausforderungen, dass das zumindest für den Nicht-Vollzeit-Coder echt eine Herausforderung werden kann. Es geht jetzt tatsächlich eher darum, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie Google mobile Inhalte zukünftig bewerten wird und dass die Denkweisen dahinter sind. Und womöglich könnt ihr dann zukünftig das zumindest in der Auswahl von Themes, Plugins oder so etwas einfließen lassen. Oder sofern es hier dann doch Coder unter uns gibt, das dann auch in die Entwicklung mit reinfließen lassen. Es gibt aber auch ein paar Faktoren, die einfach auch generell sehr wichtig sind, um auf alle diese Bereiche natürlich einzuzahlen und wirklich ein gutes Ergebnis abzuliefern, was gar nicht an den einzelnen Komponenten hängt. Letztlich lässt sich alles zusammenfassen unter habe einen guten Unterbau. Also wenn euer Webserver oder eure Datenbank nicht schnell ist, dann könnt ihr euch noch so viel optimieren. Dann wird das nichts bringen. Dann muss der Hoster womöglich gewechselt werden. Setzt nur notwendige CSS- oder JavaScript-Dateien ein. Also häufig, da sind wir beim nächsten Punkt, lassen sich auch Dinge nativ erledigen. Wie gesagt, vor ein paar Folien, CSS bietet ganz tolle Möglichkeiten, Animationen zu machen. Oder JavaScript bietet an sich schon Möglichkeiten, Dinge einzublenden, auszublenden und so etwas. Da braucht es nicht nochmal externe Bibliotheken wie jQuery oder sonst etwas. Generell vermeidet externe Bibliotheken, weil das macht die Seite natürlich immer größer und immer mehr, hat Einfluss auf Ladezeiten, hat Einfluss auf Dateilgröße, hat Einfluss womöglich auf das Layout und das Design. Damit zerreißt ihr euch alles, wenn ihr da im Grunde auch nicht einen Blick drauf habt. Vermeidet natürlich irgendwie unnötige Plugins oder Multipurpose-Themes. Unnötige Plugins, auch da laden euch die Seite unnötig voll. Multipurpose-Themes sind für viele Zwecke einsetzbar. Ihr ladet eins runter und es lässt sich quasi alles daraus basteln, von Agenturseite über Blog, über Fotoblog, über WooCommerce-Shop. Und diese Themes müssen ja aber auch die Kompatibilität und die Möglichkeiten und auch die Design-Definition für alles mitbringen. Das heißt, die sind in der Regel auch recht überladen. Optimiert die Bilder für das Web, ja, mit Source-Sets und natürlich dann auch Dateigrößenoptimierung und haltet generell den Code der Webseite schlank. Da erzähle ich, glaube ich, allen nichts Neues, aber es ist nicht falsch, immer wieder mal darauf hinzuweisen. Wenn es jetzt einige Plugin-Rufer gibt, diese Plugins werden die Probleme nicht lösen, aber sie sind zumindest ein Ansatz. Es gibt Caching-Plugins wie zum Beispiel WP Rocket oder Autoptimize, die Einfluss haben, wie das Ladeverhalten von CSS-Dateien und JavaScript-Dateien ist. Man kann da auch dann Einfluss nehmen, dass bestimmte Dateien im Footer geladen werden oder verzögert geladen werden. Wenn man weiß, was man tut, kann man damit ein bisschen Einfluss nehmen. Genauso kann man mit dem Plugin Asset Cleanup Einfluss nehmen, welche JavaScript-Dateien auf welcher Unterseite in WordPress geladen werden. Wenn ihr also einen Slider oder so etwas nur auf einer Seite benötigt, ist es ja durchaus zielführend, diese JavaScript-Dateien nur auf einer Seite auch einzufügen. Dann könnt ihr das mit Asset Cleanup zum Beispiel machen. Aber auch hier nochmal der Disclaimer, kein Plugin kann jetzt schlechten oder umfangreichen Code jetzt massiv verbessern. Ja, die Basis muss richtig sein, die Basis muss ordentlich sein und erst wenn die Basis stabil, schlank und belastbar ist, erst dann kann man natürlich anfangen, darauf Optimierungen zu setzen. So, das war ja fast eine Punktlandung mit meinen geplanten 45 Minuten, aber natürlich auch inhaltlich, glaube ich, ganz schön kernig, ja, und viel Input. Ich hoffe, es gab bei euch keinen Input-Delay. Okay, das war ein spontan erfundener Wortwitz und noch nicht mal ein guter. Vielen Dank erstmal, dass ihr so intensiv dabei gewesen seid. Und wenn ihr Fragen habt, stehe ich gerne zur Verfügung und versuche die jetzt alle zu beantworten. Warum ist E-Commerce in der Schweiz noch nicht wirklich angekommen? Warum? 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 ... Vielen Dank.